hallöchen hier der nale 4 und willkommen zurück bei fallout 76 wastelanders wo es weiter geht hier mit den nächsten täglichen score aufgaben ja was gilt es denn heute zu erledigen es gilt die stufe zu erreichen goldstein challenge abzuschließen etwas kaugummi zu kauen das event und die tägliche operation abzuschließen ein kryptiden zu töten und drei legendäre gegner okay gut dann wie sagen fange ich mit den drei legendären an indem ich hier bei dem lightwolf event da gehe ich nochmal hin okay gut dann schauen wir mal da schon mal die ersten das wolfsfleisch natürlich auch mit so was der andere da ist auch in der nähe schauen wir mal bin ich echt froh hier das ist direkt hier am start ist mit den legendären so irgendwo sind noch zwei der letzte ist da okay gut alles gleich und dann wollen wir doch den anderen noch hier oben so passt das auch wunderbar ein träumchen rang 84 sehr gut 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 und das event haben wir somit auch schon fertig also zwei klappen mit einer flieger ein träumchen kurz dann schauen wir doch mal was jetzt nächstes mache ich würde sagen den kryptiden beziehungsweise erstmal fett den kaugummi kauen habe ich auch noch ein bisschen ok und den kryptiden würde ich mir hier unten beim pylon v 13 holen ok das herz des feindes kann man auch mitnehmen natürlich noch die super mutanten ne man kennt's ok wenn wir schon mal hier sind aber gespottet haben wir nämlich immer noch nicht ok aber hier war nix mit den kryptiden da würde ich sagen gehe ich doch hier zum betriebshof vielleicht habe ich da mehr glück und dort laufen vielleicht ein paar snelli gäste rum aber es sind ja auch weiß ne ja ok aber die kann man mitnehmen wegen der federn und der säure und natürlich der ep das läge der ok ok gut da das schisspulver die federung und die säure wunderbar gut aber auch hier keine am start alles gleich dann machen wir hier die dns zwecks level ab und ich sehe es ist eine drei sterne legendäre brandbestie das ist schon mal nicht schlecht ihr lieben wenn es jetzt mal hierher geflattert kommt und irgendwie lässt dir sich zeit hier aber auch das ist läge das ist nach die ver kann das ist nicht so Und die landet ja doch! Holy fucking moly! Okay, 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 okay. Das ist mir doch ein bisschen zu viel Strahlung. Nehme ich mal den Einsteinerknochenhammer. Okay, das war eine Maschinenpistole. Ja, war klar. War so klar. Ne? Du. Okay. Gut, so ist es. Dann würde ich sagen. Oh, ist die noch weg hier? Irgendwo ist noch einer. Okay, komm. Egal. Ruhe sie rein und ab geht's. Zur Uni und abgeben. Okay. Vielleicht reichen noch die zwei letzten Google hier drin. Ja, hat gereicht. Genau. Neun EP-Gaber. Der Lümmel. Und Stufe 181. Glückwunsch. Mein Großer. Und dann ist es auch fertig. Wunderbar. So, was gab's denn? Sturmgewehr? Ah, okay. Dann kann man ja alles noch zerlegen. Und dann passt das doch. So, was haben wir denn hier? Money. Nee. Harpune. Brauchen wir nicht. Okay. Dann würde ich sagen, geht's ab in die Rüstung. Und dann schau ich doch mal, was noch so ansteht. So, also. Immer noch den Kryptin, genau. Und die tägliche Operation. Gut. Dann probiere ich mein Glück hier unten beim Kapitol von Charleston. Denn da laufen ja die Snelligäste rum. Ah, ohne Hunger kriegt er der Liebe. So, ist es irgendwo einer? Ich sehe keine Wortmessen. Craft Monster. Das reicht auch. Wunderbar. Dann würde ich sagen, mache ich noch die tägliche Operation. So, bevor ich wieder was futtern. So. Wenn der kleine Hunger kommt und so, würde ich noch die ganzen Bums irgendwie reinballern. So, mehr noch was. Hier noch das Ding. Den Rest brauche ich erstmal nicht. So. Dann kaufe ich noch schnell was. So. So. Dann kaufe ich noch schnell was. So. So. Ein paar Wolfsrüppchen. Gut. Gut. Und ich. Ich habe noch ein Addictor. Irgendwo hier drin. Nein. Okay. Gut. Dann. Wie schaut es waffenmäßig aus? Dolores hat noch einiges. Ah, das klärchen. Schuss. Sind es noch tausend. Okay. Das ist ein bisschen wenig. Könnte ich mir vielleicht noch das ein oder andere noch craften. Sicher. 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 Ich liebe den Geruch von Leichen am Morgen. Natürlich wieder daran denken umzuskillen. Memo mich. So. Ne. Ja. Dann haben wir hier noch. So. Und nun. 1.800. Das sollte reichen. So. Raus damit. Rein damit. Und. Dann. Passt es doch. So. Raus damit. Rein damit. Auf geht's. Ab geht's. So. Was steht an? Manageria. Okay. Roboter. Und eisige Berührung. Gut. Schauen wir mal. Gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Anwärter Dodge hier. Einige Verbindungsgeräte sind ausgefallen. Nehmt sie in Betrieb. Wir müssen wissen womit wir es da draußen zu tun haben. Präpariert den Verstärker. Dann können sie die Verbindungsgeräte finden. Ausritten. Das ist natürlich hier alles vollgemühlt wieder. Bitte gehen sie zu ihrer eigenen. Ich habe ein Signal. Geht zum ersten Gerät und stellt die Verbindung wieder her. Lass mich runter. Danke. Oh Junge. Okay. Also das natürlich über das rumgeknuddelt da oben. Ja. Das ist echt furchtbar. Hau. Hau leer. Okay. Jetzt kommen die alle hier. Angeschissen. Oh. Kenners. Aber nein. Das wollte ich aber wissen hier. Ne? Ihr Lieben. Aber es geht gut. Money. Und whack mir. Das ist gut. Ska? Der่um. Was wenn делать. So? Gefahr. So, jetzt kommen die da runtergeschissen. Aber Einfrieren ist mit nur da auch echt ein super nerviges Gegröße, aber ich habe hier noch Stimpacks, von daher, hält der noch. Es kostet echt so abartig viel Zeit, wenn du eingefroren wirst. Okay. Okay. Kalibrierung des zweiten Geräts eingeleitet. Bei euch wird es jetzt ein bisschen heiß. Bleibt dran! Okay. 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 So, jetzt kommt doch von hinten einer. Okay. Ganz entspannt hier. Runterspiel. Passt das? Nein, nein, nein. Nicht looten. Oh, Junge. Das finde ich können sie auch rausnehmen, ne? So ein Scheiß, den du looten kannst, so Kommoden oder so ein Bums. So, was in der Pimmel da jetzt. Okay. Okay. Okay, das ist gut, ne? Okay. Okay, das ist gut. Okay. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Okay. Ich schicke euch die Koordinaten. Ausrücken. Okay, jetzt gucken hier. Euch steht wohl ein Kampf bevor. Agiert nach eigenem Ermessen. Eindringling. Okay. Okay. Neiße Scheiß. Oh, woher, ne? Da ist noch einer. So, und jetzt ist der Omaul. Boah, das hasse ich halt, ne? Das ist so ätzend. Was ist da noch da hinten? Wo ist der da unten? Wo ist der da unten? Wo ist der da unten? Der war doch eben da oben. Verdammte Kacke. Oh, komm. Wo ist der denn jetzt? Da hinten. Oleg. Um sich auch nichts mehr. Wo ist der denn jetzt? Verdammt, ich hasse das. Bleib doch mal stehen, du Limmel. Boah, das wird heute nix. Das wird so gar nix heute, ey. Das ist alles, was Rangnamen hat, ey. Oh, ich seh nix mehr. Ich seh gar nix mehr. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. hat verlangsamt was war das denn, was war das denn, oh Gott, ey, das ist, das war ja mal hier, okay, gut, standen sie alle da, ey, gut, ich fand's lustig, alles klärchen, gut, haben wir das doch, gut, ist es erledigt, dann würde ich nochmal gucken, was ich hier heute so bekommen habe, ihr Lieben, ist ja alles durch, genau, 7 von 8, Schauen wir nochmal, was bei rumkam, genau, für Rang 83, gestern gab's 15 Verwertung und Lagerkits und heute für Rang 84 ein Foto-Pose, ich sag nichts Böses, gut, alles klärchen, dann soll's das auch für heute gewesen sein, ihr Lieben, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt, bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao, vielen Dank fürs Zuschauen.